Have you got what it takes, ja? Und das soll es heute im Endeffekt gehen. Hast du wirklich das Zeug dazu, wirklich hier dementsprechend den Erfolg auszulösen? Und gleich mal vorweg gesagt, was ihr gerne machen könnt, beziehungsweise was zu einem der Punkte gehört, nicht weil es jetzt gerade ich bin, ja, und weil ich jetzt will, dass ich in 10.000 Storys markiert werde, aber Leute, macht mehr Storys, gerade auch von solchen Calls, markiert Leute und so weiter und so fort. Wir müssen es mehr nach außen tragen. Jedes Mal, wenn ich bei irgendeinem, ja, so sagen, anderen Network vorbeischau, ja, egal welches Network, die haben immer, weiß ich nicht, wie viele Storys von ihren Calls drin, die zeigen diesen Mehrwert auch nach außen. Und bei uns ist es halt immer so, habe ich so das Gefühl, die Produkte, aber euch muss mal bewusst werden, was auch diese Calls an Mehrwert bieten und dass andere Leute dafür Geld verdangen würden. Deswegen tragt auch diese Dinge nach außen, ja, das kann ich euch wirklich empfehlen. Es wird Leute geben, die machen es, es wird Leute geben, die machen es nicht. So wie immer, aber am Ende des Tages ist jeder für seinen eigenen Erfolg verantwortlich. Und ich werde jetzt gleich mal hier rein starten und werde das Ganze heute wieder ein bisschen interaktiver gestalten, ja. Die Leute, die schon den ein oder anderen Call von mir gehört haben, wissen ganz genau, bei mir ist es nicht so, dass man einfach nur die Cam ausschaltet und da einfach sich berieseln lässt, sondern bei mir ist es auch wirklich so, dass es mir immer wichtig ist, dass die Leute selbst in Aktion treten. Und da sind wir genau beim Stichwort, ja. Das heutige Thema soll folgendermaßen lauten, und zwar create your own story. Kreiere deine eigene Story. Warum? Weil es einfach schon so extrem viele Mitläufer gibt. Das ist uninteressant. Mitläufer, das ist was, ja, das ist uninteressant. Und genau deswegen gleich mal vorweg eine Frage in den Chat. Wer auf diesem Bild links oder rechts verdient das Geld? Wer links oder rechts inspiriert andere Leute? So, muss ich die Leute mal ein bisschen aufwecken. Yes, genau. Ah, okay, ich muss noch kurz. So, jetzt kann man öffentlich auch chatten. Perfekt. So, genauso ist es, ja. Rechts verdient, links konsumiert. Wie man hier sieht auch wahrscheinlich den ein oder anderen Alkohol, ja, der da schon eingeflossen ist. So, nächstes Bild. Links oder rechts? Wer verdient das Geld? Wer inspiriert andere Leute? Vollkommen richtig. Wieder genau dasselbe Schema. So, und einen habe ich noch. Links oder rechts? Wer verdient das Geld? Wer inspiriert? Und wer ist wieder mal Konsument? Genau so ist es. Genau so ist es. Und das ist es auch am Ende des Tages, ja. Ja, ich habe das schon ein paar Mal so in meinen Storys angesprochen, im Call habe ich es noch nie angesprochen, aber du musst einfach selbst derjenige sein, der Dinge kreiert. Du musst selbst die Person sein, die nicht konsumiert, sondern wirklich etwas erschafft. Und das geht es am Ende des Tages. Egal bei wem, egal ob das jetzt irgendein YouTube-Star ist, den du feierst, ja, egal ob das jetzt irgendein Sänger ist, den du feierst, egal ob das jetzt irgendein Schauspieler, den du feierst. Das sind alles Leute, die selbst etwas kreieren. Die sich jetzt nicht, ja, sozusagen nur ausruhen, sozusagen, und einfach nur das Ganze sich anschauen und nur konsumieren, sondern wirklich selbst im Geschehen sind, selbst etwas machen. Und das ist auch der Grund, warum diese Leute so viel Geld verdienen. Weil sie, anders als die Masse, das nicht nur konsumieren, nicht nur dabei zuschauen, sondern selbst in Aktion treten. Und das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Und deswegen lasst mich gleich mal zum ersten Punkt von heute kommen. Übernehme Verantwortung. Ich weiß, dass es schon so oft gehört worden ist. Ich weiß, dass es schon in so vielen Calls vorgekommen ist. Aber die meisten Leute haben es noch immer nicht realisiert. Warum weiß ich das? Weil ich tagtäglich Nachrichten bekomme. Übernehme Verantwortung bedeutet Folgendes. Und zwar, dass du wirklich die Person bist, die selbst vorangeht. Die selbst Dinge plant. Die selbst Calls macht. Die sich nicht fragt, ah ja, am Freitag, ja, da wäre ein Event ganz cool, weißt du, was, ich rufe mal meine Ableime an. Die Person, die Verantwortung übernimmt, sagt, hey, nee, plane ich selbst. Mache ich alles selbst, organisiere ich alles selbst. Und ich will euch heute einfach mal das Ganze aus meiner Sicht sagen, was es benötigt. Nicht nur aus meiner Sicht, auch aus Julians Sicht, auch aus Sales Sicht zum Beispiel. Weil die Sache ist das, wie wir hier damals gestartet sind, da war es nicht so, hey, wir rufen jetzt die Ableime an, weil, ah, uh, KI ist jetzt gerade im Minus. Hätte ich Tino angerufen und gesagt, hey Tino, pass mal auf, KI ist im Minus. Hätte er gesagt, hey, pass mal auf, einmal noch und du kriegst keine Antwort für mich. Und das ist einfach genau die Sache, ja. Man muss einfach selbst lernen, Verantwortung zu übernehmen und wenn ich mich jetzt irgendwie frage, hey, wie funktioniert das oder wie funktioniert jenes, wie stelle ich Endotec ein, dann muss ich mich halt selbst schlau machen. Wenn ich wirklich hier großes Geld verdienen will. Wenn ich nicht nur mitschwimmen will. Weil genau so ist es auch hier, ja, das 80% ist einfach so, einfach nur die Welle mitschwimmen. Und wenn du mitschwimmst, naja, dann wirst du halt genau so viel verdienen, wie der Großteil und das ist halt ein kleines Stück vom Kuchen. Und dann wirst du auch niemals die große Inspiration zum Beispiel für andere Leute sein. Wenn du das aber willst, dann übernimm selbst die Verantwortung. Das bringt mich gleich mal auf den zweiten Punkt. Löse selbst diese Probleme. Ja, wie gesagt, wenn es irgendwas gibt, nicht gleich sofort immer zur Upline laufen und sagen, hey, ah, KI ist im Minus oder hey, wie soll ich das machen, wie soll ich jenes machen, ah, das mit Payments und so weiter. Mach dich selbst schlau. Übernimm die Verantwortung und löse das Problem selbst. Weil ich kann dir halt eines garantieren, das Problem, was die meisten Leute da draußen haben, ist, dass sie haben ihr ganzes Leben niemals gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Haben sie nicht gelernt. Wie sie aufgewachsen sind, mit der Familie, hat ihnen vielleicht, ja, hat immer wieder Verantwortung übernommen, Mama, Papa oder sonst dann in der Schule haben sie die Lehre übernommen und dann später in der Arbeit hat sie der Chef übernommen. Das heißt, die meisten Leute lernen nie wirklich selbst Verantwortung zu übernehmen. Und das ist auch genau der Punkt, warum die meisten Leute, wenn es irgendwas Neues ist, wenn irgendein Problem auftaucht, sofort irgendwo hinrennen und das Problem dort abladen. Und nur weil du das Problem dort ablädst, bedeutet das nicht automatisch, dass dir geholfen wird. Ganz im Gegenteil. Das Ding ist, dir wird vielleicht am Anfang geholfen, ja, du bekommst vielleicht deine Antwort, aber dann bist du vom nächsten Problem. Und wenn du dir immer nur helfen lässt, wenn du nie selbst die Verantwortung übernimmst, wenn du nie selbst diese Probleme löst, dann wirst du immer wieder vor dieselben Probleme gestellt werden. Das Leben stellt dich immer wieder vor Prüfungen und schaut, ob du dafür gewachsen bist. Und wenn du es immer wieder von jemand anderem lösen lässt und immer wieder von jemand anderem das Ganze übernehmen lässt, dann wirst du immer wieder dieselbe Prüfung haben. Deswegen übernimmst selbst die Verantwortung und löst selbst das Problem. Und das gilt für alles. Wenn ich jetzt noch nicht weiß, beispielsweise GC Academy. Leute fragen mich heute noch, wie man beispielsweise eine Beta-Strategie einstellt, wie man beispielsweise Leute einlebt, wie man beispielsweise das und jenes macht. Es gibt eine GC Academy, da gibt es Videos, da kann man sich das Ganze anschauen, selbst anlernen, sich rausschreiben, wie es ich damals genauso gemacht habe. Selbst, obwohl ich schon alles wusste, obwohl ich da schon knappe zwei Jahre am Start war, wie diese GC Academy gemacht worden ist, habe ich trotzdem mir alles noch mal reingezogen, habe ich trotzdem noch mal alles aufgeschrieben. Und das ist genau das, was es benötigt, dass du selbst diese Verantwortung übernimmst, dass du selbst diese Person wirst. Der dritte Punkt, Lead by Example. Da sind wir genau wieder bei dem Punkt, wie soll eine andere Person von dir, dann hast du genau dasselbe Problem, wenn du wegen jener Kleinigkeit zu deiner Ableien läufst, zu deinem Wiederläufst, ja was glaubst, werden deine Leute machen? Genau dasselbe, die werden dann auch immer wieder zu dir laufen. Und das ist es genau, was ich dir bewusst machen will, du tust dir damit keinen Gefallen, wenn nur irgendwie irgendeine Kleinigkeit ist und du sofort versuchst, ja das Ganze abzuwälzen, ja. Und ich verstehe natürlich, ja man hat seinen Hauptjob, man hat das, man hat jenes, aber der Punkt ist, dass wie gesagt, du tust dir halt selbst nichts Gutes damit, weil du selbst nicht persönlich wachsen wirst, weil du deinen Wachstumsprozess abgibst an andere Leute, anstatt selbst für diesen Wachstumsprozess dich verantwortlich zu machen. Nur so wirst du vorankommen. Ansonsten wirst du immer am selben Punkt stehen bleiben. Nur wenn du das wirklich selbst machst. Und da sind wir genau auch wieder bei dem Punkt, egal ob es jetzt, ja, jemand beim Fußball ist oder sonst was, wenn Beispiels Weiser, ja, sagen wir jetzt mal Pi mal Daumen Cristiano Ronaldo. Was passiert, wenn Cristiano Ronaldo jetzt merkt, hey, weißt du was, mein Elfmeter irgendwie passt er gerade nicht so. Sagt er dann zum Trainer, hey Trainer, komm mal her, schieß du mal für mich die Elfmeter, üb mal für mich. Nee, macht er nicht. Sondern der macht es selbst, so lange, bis es funktioniert. Und deswegen sind diese Leute dort, wo sie sind, wo ich jetzt eben nicht nur von Networkern rede, wo ich nicht nur von dem Tino, von dem Felix, sondern ganz andere Personen. Eben wie ein Cristiano Ronaldo, wie, keine Ahnung, ein Drake, ein Justin Bieber oder keine Ahnung wer. Das sind die Leute, die einfach selbst diese Verantwortung übernehmen. Die selbst diese Probleme lösen. Und deswegen verdienen sie auch das Geld, was sie verdienen. Viertens, No Problem Attitude, eines der wichtigsten Dinge überhaupt, ja, hat man jetzt zum Beispiel auch wieder ganz deutlich gesehen, ich kann es nur jetzt wieder sagen, ja, bezüglich Binance, ja, es gab eben so diese Meldung, ja, bezüglich Alpha und so weiter, die Leute sind in Panik ausgebrochen und sofort irgendwie der Ablein kontaktiert und sofort Tino kontaktiert, Tino hat mir Nachrichten gezeigt, dem ist persönlich, ich weiß nicht, wie oft geschrieben worden. Was ist mir damals, ja, ich sage es jetzt nur, ich hätte mir niemals getraut, mit sowas zu Tino zu gehen. Und das sind einfach genau diese Dinge, was für mich immer selbstverständlich war, dass ich mir das selbst anschaue, dass ich einfach selbst eine Lösung finde für das Ganze und wenn ich keine Lösung finde, ja, dann kann man eh nichts machen, dann gehe ich beispielsweise zu Jule, aber diese No-Problem-Attitude, das ist sowas Wichtiges, weil wenn du immer wieder dich auf diese Probleme fokussierst, es wächst immer das, auf was du dich fokussierst. Und wenn du dich jetzt nur darauf fokussierst, ah ja, aber ich weiß ja jetzt nicht, wie das funktioniert und er hat zwar gesagt am 23., aber was ist, wenn dann, keine Ahnung, jetzt worst case, stimmt in absoluter Weise nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass manche Leute wirklich so denken, aber was ist, wenn jetzt am 23. mein Geld weg ist? So, das heißt, du machst eine riesengroße Blase, du machst ein riesengroßes Problem, obwohl noch absolut nichts passiert. Und diesen Frust und diese Negativität, die frisst du nicht nur in dich selbst rein, sondern du überträgst sie auf andere Leute. Und das ist genau dieses Toxische, was bei manchen Leuten immer wieder passiert, dass sie eben sich dann sozusagen so einen Kreis bilden aus Leuten, die dann nur noch die Probleme sehen. Ja, aber das, ja, aber das funktioniert ja nicht. Ja, aber warum bekommen jetzt nur die den Rabatt und nicht ich? Ja, aber warum ist das? Ja, aber warum ist jenes? Das sind genau dann diese Punkte, ja, wo das Ganze sich zu einem Toxischen entwickelt und obwohl eigentlich alles funktioniert, obwohl wir so eine geile Dienstleistung haben, obwohl einfach alles, ja, mega perfekt passt, sehen Leute dann nur dieses, dieses, dieses ganz, ganz, ganz kleine Sandkorn und nicht das, was alles drumherum ist. Sie fokussieren sich nur noch auf das Negative. Und das ist das, was ich euch einfach bewusst machen will, ja, dass das kein Lieder macht. Glaubt ihr wirklich, dass jetzt beispielsweise, ja, beispielsweise Cristiano Ronaldo ist jetzt Kapitän in seinem Team, so. Und er geht jetzt zu den Leuten und sagt, ja, Jungs, wisst ihr, wir haben ja heute das Spiel und ja, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, der eine, der hat heute den Kitz mit dem Fuß nicht so gut, bei mir ist es auch so, die linke Hand ist leicht angeknackst und es ist heute generell, ich habe heute schon irgendwie, keine Ahnung, mein Horoskop gelesen, da ist auch schon was Negatives drin gestanden und so weiter und so fort. Glaubt ihr wirklich, der macht das? Glaubt ihr wirklich, der würde dann gewinnen? Nee. Dann sagt, hey, wir geben jetzt richtig, richtig Gas, richtig Geld. Das Ding ist, selbst wenn es ein Problem geben würde, würde es in was Positives umnützen. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, sagen wir jetzt beispielsweise mal bei den Paketen, ja, sagen wir jetzt bei den Paketen gibt es jetzt beispielsweise ein Paket, was genau dieselbe Dienstleistung hat. Das heißt, es ist halt irgendwie ein Problem bei der Company aufgetreten und keine Ahnung, das 1300er hat jetzt beispielsweise genauso alles dabei, wie zum Beispiel jetzt das 300er Select. Das heißt, die haben jetzt beide dieselben Dienstleistungen. Die meisten Leute würden aufspringen und sagen, ah ja, das geht ja absolut nicht, da wird ja jeder das Select nehmen, weil dann macht er diese Elite gar keinen Sinn mehr. die Leader würden hergehen und sagen, hey, weißt du was, dann machen wir es einfach so, jetzt gibt es gerade einen Fehler bei der Firma, kann man jetzt gerade nichts machen, aber dann lass das doch folgendermaßen machen, dann lass halt einfach sagen, hey, mit dem Elite bekommst du noch ein richtig, richtig krasses Mentoring, da wirst du wirklich direkt an die Hand genommen, von den Führungskräften bekommst dann nochmal zusätzlich Input, merkt ihr den Unterschied? und das ist einfach genau die Sache, das war jetzt nur ein Beispiel, aber ich will euch einfach nur bewusst machen, man kann aus einer Mücke immer entweder einen Elefanten machen, man kann sich auf das Problem fokussieren oder man sucht halt eine Lösung und sagt, okay, weißt du was, ist gerade so, kann man jetzt gerade nicht ändern, aber ich kann das Beste daraus machen und das sind am Ende genau die Leute, die vorankommen, weil die anderen Leute, die kommen in diese Negativspirale immer negativer, immer negativer, immer negativer und ich sage euch jetzt eines, das verrate ich euch jetzt, bei mir im Team hat es Leute gegeben, die absolut fähig waren, da hat es Leute gegeben, die wirklich richtig gut Kohle verdient haben, was lustig ist, dass die haben von einem auf den anderen Tag gequittet, obwohl sie gut Kohle verdient haben, warum? Weil sie genau in diese Negativspirale gekommen sind, weil sie genau nur noch die Dinge gesehen haben, die vielleicht nicht so perfekt gepasst haben oder wo sie im Prinzip ein Problem kreiert haben sogar. Deswegen sende ich diese Person, dieses Toxische, das ist so extrem gefährlich, weil im Endeffekt es nur einer Person schadet und zwar dir selbst. Und das ist halt das Krasse, das muss man sich mal vorstellen, Leute verdienen richtig gutes Geld, die Dienstleistung funktioniert und Leute quitten nur aus diesem Grund, nur weil sie sich selbst ein Problem kriegen. Schon heftig, oder? Genau deswegen achte darauf, dass du nicht in so eine Negativspirale reinkommst, weil das ist halt richtig, richtig verheerend. Und dann bin ich beim nächsten Punkt, wie gesagt, kreiere und erfinde. Sei du die Person, die was Neues reinbringt. Beispielsweise nehmen wir jetzt mal Tino her. Was macht Tino gerade? Er macht gerade diese Reels mit den Networkern. Das ist auf Lustig. Ich habe sowas ehrlich gesagt in der deutschsprachigen Szene noch nie gesehen. Das heißt, was hat Tino gemacht? Er ist hergegangen und hat was Neues kreiert. Er ist hergegangen und hat was Neues erfunden. Oder beispielsweise, was haben wir damals gemacht? Wie wir ja eigentlich gerade frisch gestartet sind. Glaubt ihr wirklich, da hat es schon eine Presi gegeben? Glaubt ihr wirklich, da hat es schon eine Eventinfrastruktur gegeben? Das haben alles wir eingeführt, das haben alles wir gemacht. Und das ist es eben. Sei die Person, die selbst kreiert, sei die Person, die selbst erfindet. Mach mit deinem Team beispielsweise einen Plan, baue das Ganze vielleicht spielerisch auf, dass du sagst, hey, weißt du was, wenn du den und den Rang hast, dann kommst du in die und die Gruppe rein, ja, beispielsweise jetzt, ich weiß nicht, wie das genau mit den Deutschen läuft, aber GC Wolves ist ja glaube ich auch so eben aufgebaut. Wodurch ist das entstanden? Weil ein paar Leute, die Leader, was Neues kreiert haben, was Neues erfunden haben, sich Gedanken gemacht haben. Und genau deswegen sind das die Leute, die das meiste Geld verdienen und die die meisten Leute inspirieren. Weil Leute inspirieren nur andere Leute, wenn sie selbst was kreieren, wenn sie selbst vorangehen. Ich habe das heute in meiner Insta-Story gesagt, bei den meisten ist es halt einfach so, sie schauen die ganze Zeit zu, funktioniert es, funktioniert es nicht. Bei mir hat sich diese Frage nie gestellt. Sondern ich habe gesagt, wenn ich vorangehe, dann reiße ich das Ding ab. Dann fliegt das Ding durch die Decke. Mir egal, was für eine Dienstleistung ist. Das war mir am Anfang wirklich egal. Mir war es nur wichtig, okay, die Leute passen, Antino sind sympathische Jungs, kriege ich Unterstützung, das war mir das Wichtigste. Aber ich habe ganz genau gewusst, ich warte jetzt nicht, bis vielleicht da jemand Resultate hat, ich warte jetzt nicht, bis ein halbes Jahr vergangen ist und mein Hamster wieder gesund ist oder Sonstiges. Sondern ich mache es jetzt. Und das ist einfach genau diese Attitude, das ist genau diese Einstellung, die du brauchst. Dass du nicht immer auf andere Leute wartest, dass Robin sagt, hey, du könntest mal den und den Termin machen, hey, du könntest ja mal mit deinem Team ein Home-Event machen. Dass die Verena zum Beispiel auch sagt, du könntest dort und dort ein Home-Event machen. Sei selbst die Person, die vorangeht. genau das Ding, das ist auch zum Beispiel, ich habe mich unterhalten, die kann zum Beispiel am Freitag, glaube ich, ist das, ist so in Amstetten ein Home-Event und sie war so am überlegen, okay, kann ich überhaupt nach Klagenfurt, weil ich habe ja dort das Home-Event. Obwohl es Leute gibt, die schon genauso lange am Start sind wie sie. Und das ist einfach genau das, was ich dir warum diese Leute mehr verdienen. Es hat einen Grund, warum diese Leute davon mittlerweile leben können. Es hat einen Grund, warum diese Leute mittlerweile so viele Leute inspirieren. Weil sie genau diese Punkte machen. Weil sie genau diese Punkte erfüllen. Und deswegen kreiere selbst was. Sei nicht derjenige, der immer wieder irgendwelchen Schritten nachläuft. Sicher in gewisser Weise haben wir alle das Konzept, dass wir anderen Leuten das Ganze präsentieren und so weiter. Das ist immer alles dasselbe. Einladen und so weiter. Es ist schon klar, dass du diese Steps machen sollst. Aber mach halt selbst auch was. Kriege deine eigene Marke, deine eigenen Brand. Und das ist auch genau das, was Leute verstanden haben. Wie beispielsweise in Cristiano Ronaldo. Wie beispielsweise Justin Bieber. Wie beispielsweise , weil mir gerade in Capital Bra. Das sind Leute, die haben eine Marke erschaffen. Beispielsweise jetzt führend, glaube ich, in Deutschland bezüglich AST Capital Bra. Warum wenn eine Marke erschaffen hat? Weil es nicht mehr nur noch um die Musik geht, sondern wenn man einfach den Namen Capital Bra kennt. Weil er einfach gesagt hat, weißt du was, hat noch keiner gemacht, ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt, dass ich das und das mache. Und solche Leute inspirieren. Solche Leute sind die Leute, die die Welt in gewisser Weise verändern. Egal in welchem Bereich. Und wenn du zu diesen Personen gehören willst, dann musst du genau das machen. Dass du andere Dinge machst wie andere. Und ja, es werden dich Leute dafür schief ansehen. Ja, es werden dich Leute dafür auslachen. Ja, es werden Leute das und jenes sagen. Aber es muss dir halt egal sein. Auf der anderen Seite wirst du andere Leute inspirieren. Auf der anderen Seite wirst du anderen Leuten zeigen, hey, du brauchst keine Angst zu haben, dass andere Leute über dich irgendwas denken oder sonst was. Wenn es nie jemanden gegeben hätte, der einfach mal aus der Masse rausgestochen wäre, dann würden wir alle wie so eine Schafsherde einfach nur hinterher gehen. Dann würde jeder gleich sein, würde jeder gleiche Fähigkeiten haben, jeder gleiches Wissen haben, würde jeder fast auch gleich ausschauen in gewisser Weise. Genau deswegen sei anders. Trau dich anders zu sein, trau dich andere Dinge zu machen, trau dich neue Dinge zu kreieren, trau dich Dinge zu machen, was vielleicht andere Leute nicht so gut finden. Polarisieren ist das Wort. Polarisieren. Wie viele Neider hat Cristiano Ronaldo? Genügend. Hater genügend. Justin Bieber ist jetzt egal, wen ich da jetzt aufzähle, ist auch egal, aus welchem Bereich. Die Leute, die außerordentlich gut sind, haben immer Hater, haben immer Neider. Genau aus dem Grund, weil sie polarisieren, weil sie ihnen einfach egal ist, was andere von ihnen denken, weil sie einfach aus der Masse stechen und andere Dinge machen, wie die Masse. Und der letzte Punkt ist eigentlich der simpelste, aber auch der schwierigste Punkt, all diese Punkte tagtäglich zu machen. tagtäglich diese Punkte zu erfüllen, auf täglicher Basis, weil es bringt wie immer nichts, wenn du es einfach kurz mal machst, wenn du kurz mal motiviert bist, wenn du es mal ein paar Wochen machst, dadurch ist noch kein Erfolgreich geworden. Schaut euch einen Erfolgsweg an, egal von wem, egal ob jetzt von einem Lionel Messi, egal ob jetzt von irgendeinem Rapper, egal ob jetzt von irgendeinem Musiker, egal ob jetzt von irgendjemandem, der irgendwas außerordentlich gut kann. Das ist nicht von heute auf morgen passiert. Es war jahrelange Arbeit auf tagtäglicher Basis. Und das ist es, was es benötigt. Genau das, diese Punkte, unsere Basics natürlich, wie Einladen und so weiter und so fort und das eben auf wirklich tagtäglicher Basis. Und deswegen kannst du es vergleichen mit jedem anderen Business. Network Marketing hat folgenden Vorteil, dass du wirklich eine Anleitung hast, dass du wirklich einen Step-by-Step-Plan hast. Das ist der Vorteil an Network Marketing und dass du wirklich mit geringstmöglichstem Risiko das Ganze machen kannst, mit geringstmöglichstem Investment, weil dir nichts passiert. Aber es ist trotzdem so, wenn du außerordentlich gut werden willst, wie beispielsweise ein Rakan Verliefer, Crown 200, nein, 100.000 im Monat circa, wenn du so gut werden willst, dann musst du genau diese Dinge machen. Dann musst du genau dasselbe machen, wie beispielsweise ein Capital Bra in der Musikszene, wie beispielsweise ein Drake in der Musikszene, wie beispielsweise ein Cristiano Ronaldo in der Fußballszene und so weiter und so fort. Und das ist es. Und genau diese verrückten Leute braucht es, um Veränderungen zu schaffen, genau diese verrückten Leute braucht es, um andere Leute anzustecken. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und ich nehme jetzt noch ganz, ganz kurz Zeit für Fragen, falls ihr Fragen habt, Anregungen, Wünsche, Bedürfnisse, könnt ihr das Ganze gerne in den Chat reinschreiben. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite. Ich hoffe, die ein oder andere Person hat sich was mitnehmen können von dem Ganzen. Und ich kann es euch wirklich nur nochmal ans Herz legen, bevor ihr irgendjemanden kontaktiert oder sonst wie gesagt, ist ja völlig okay, Fragen zu stellen oder sonst was. Aber sei dir immer einem bewusst. Frag dich immer, was würde dieser Leader jetzt gerade in meiner Situation tun? Und ich glaube, da ist bei jedem Einzelnen die Antwort, schauen, dass man das Ganze selbst löst. Weil nur so wird man wachsen, nur so wird man vorankommen. Wie gesagt, das war es von meiner Seite. Ihr könnt jetzt gerne noch Fragen, Anregungen, Wünsche, Bedürfnisse in den Chat stellen. Ansonsten freue ich mich, wie gesagt, haut auf jeden Fall die ein oder andere Story raus bei den Calls generell, auch bei den Mainset-Calls, Leute. Ein Tino und ein Felix, die nehmen sich da extra Zeit, das ist nichts Selbstverständliches. lasst uns das nach außen tragen, lasst anderen Leuten zeigen, was für ein Mehrwert auf diesen Calls geboten wird, weil, wie gesagt, das Ganze ist echt nicht selbstverständlich und das müssen halt auch andere Leute meiner Meinung nach realisieren, was bei uns alles geboten wird, weil das, was in anderen Networks so an Calls geboten wird, ist halt nicht vergleichbar mit dem von uns. Da spreche ich jetzt nicht von mir, aber vor allem von dem Tino, von dem Felix. Das ist halt unglaublich, was da für ein Input geliefert wird und die werden das zu 100% nicht ihr Leben lang machen. Das heißt, wir können das jetzt wirklich gerade genießen, wir müssen das wirklich mehr wertschätzen, dass sie sich jetzt noch die Zeit nehmen, wirklich diese Calls mit uns machen, weil ich bin mir zu, ja, sehr, sehr, also ich bin mir sehr, sehr wahrscheinlich sicher, dass das Ganze in ein paar Jahren nicht mehr existieren wird, weil sie sich nicht mehr, ja, dementsprechend die Zeit für das Ganze nehmen werden. Und deswegen lasst uns das Ganze wertschätzen, lasst uns das Ganze nach außen tragen. Wie gesagt, das war es von meiner Seite. Fragen gibt es, so werde ich es hier eh keine. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ciao. und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und dann wünsche ich euch und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.